Heute liegt die ganze Welt in tiefster Trauer. Liebes amerikanisches Volk, auch ich trauere zutiefst über diesen Verlust. Mit diesem Reiskorn ist nicht nur ein Reiskorn, sondern auch ein Teil des Deutschen Reiches verloren gegangen. Das Reiskorn! Heute um 11.34 Uhr ist das Reiskorn verloren gegangen. Das Reiskorn ist verloren gegangen. Reis! 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 Mit diesem Reiskorn geht nicht nur die Welt, sondern damit auch die Vereinigten Staaten unter. I apologize. Reis! Perfekt! Perfekt! Ich bin einfach nicht drin. Vielen Dank.